K2 ist einer der 44 Ortsteile von Mechernich. Der Ort liegt unmittelbar neben der Landstraße 61, zwischen Mechernich und Sanzweil. K2 liegt nordöstlich des Kernortes. Die Einwohnerzahl beliebt sich laut amtlicher Statistik am 1. Januar 2017 auf 282 Einwohner. Katzfeig trägt seinen Namen nach einer kleinen Burg, einer Katz, die im 12. und 13. Jahrhundert dort errichtet wurde und bis ins 18. Jahrhundert existierte. In den Straßen am Katzenstein und zur Quelle wechseln sich alte Fachwerkhäuser und moderne Neubauten ab. An der Ortszufahrt von der Landstraße 61 auf die Straße am Katzenstein steht die schlichte kleine Luchtkapelle aus dem Jahre 1865. Die gegenüber vom Ort liegenden Katzensteine bestehen aus Buntsandstein, der in der Eiszeit entstanden ist. Hier wurden Werkzeuge aus der Steinzeit, Spuren eines römischen Steinbruchs und Überreste der römischen Wasserleitung gefunden. Weitere Auskünfte, zum Beispiel über Ferienwohnungen, erteilt die Touristikagentur Mechanich e.V. unter der Rufnummer 02443 49 43 20 oder im Internet unter touristik-at-mechanich.de UNKER projectile UNKERSTIT UNKERSTIT UNKERSTIT